Musik So ihr Lieben, wir öffnen wieder ein Türchen für euch und zwar gibt es heute, ja was gibt es heute? Heute habe ich für euch Paprika, Gewürzpaprika und Paprika im Blut, den habe ich. Und ihr solltet auch Paprika im Blut haben und zwar für absolut coole ungarische Gerichte ist natürlich der ungarische Paprika essentiell. Das heißt, hier möchte ich euch ganz einfach heute mein Paprikapulver Edelsüß heute schenken. Also ihr Lieben, kräftig kommentieren und teilen und ihr wisst, die ersten zehn. Also viel Spaß dabei. Musik 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 Musik